Wir gucken uns heute mal an, warum sehr viele Männer, bestimmt zwei Drittel oder so, bereits vor und dann auch während der Beziehung zum Fußabtreter für Frauen werden. Und wir schauen uns dabei mal an, was ein Psychologe zum Thema zu sagen hat. Das ist Sean Smith, ein Bestsellerautor, der mehrere äußerst spannende Bücher für Männer und für Frauen geschrieben hat, darunter auch das Standardwerk The Tactical Guide to Women, sehr lesenswerter Stoff übrigens. Auf seinem YouTube-Kanal hat er auch ein paar ganz gute Videos zum Thema, unter anderem, warum du als Mann unter keinen Umständen eine Feministin täten solltest. Wir gucken uns aber ein anderes Video an, in dem es um die folgenschwere Happy Wife, Happy Life Mentalität geht. Bevor wir das tun, verweise ich dich mal auf einen ganz besonderen Ansatz, wie du dich vom netten Kerlimage befreist und damit drastisch mehr und vor allem bessere Frauen anziehst. Das ist die Masterclass eines sehr guten Kollegen von mir, Henry. Und hierin zeigt er dir das genaue System, wie du der Typ Mann werden kannst, den Frauen instinktiv und naturgemäß haben wollen und für den sie alle anderen normalen und vor allem netten Typen sitzen lassen. Guck dir das gerne mal an, wenn du magst. Du bekommst hier einen sehr umfangreichen Videokurs geliefert, der eigentlich keine Fragen offen lässt und den du quasi sofort umsetzen kannst, um vielleicht noch heute eine schöne Frau von dir fasziniert zu machen. Der Link zum Sofortzugang ist unten in der Beschreibung. Ja, lass uns jetzt zum Happy Wife, Happy Life Drama kommen. Wenn du das noch nicht kennst, das ist eine Redensart, die beschreibt Männer, welche Frauen gegenüber lieber gerne nachgeben und auch alles tun, damit sie diese zufriedenstellen und selbst keinen Ärger bekommen, so würde ich das mal beschreiben. Ja, ich habe im Video die Übersetzungen hinzugefügt und kommentiere dann noch an ein paar Stellen, wo ich es für nützlich halte. Und bereits habe ich mit ein paar Halsen Menschen, die mein Vater würde mir haben, wie sie gewinnen. Der Decision-Making ist dominiert von ihren Wives und Girlfriends. Und über den Kursen meiner Karriere, ich habe mit ein paar Halsen von Menschen, die so tyranniert von ihren Wives, dass sie nicht die Freunde haben, sie nicht sagen, was sie wollen, sie nicht sagen, was sie wollen. Ich weiß noch ein Mann, der war für eine große Promotion, aber es würde sich um travelen. Und er wusste, dass seine Frau so ein Tantrum über die Idee, dass er aus der Stadt sein hätte, dass er es allgemein hat. Und viele Leute sind so Leute, die sind smart, motiviert und erfolgreich, die nicht die Leben leben, die sie leben wollen. Aber sich in den Mittelpunkt rücken wollen, sodass sich Männer mies fühlen, wenn diese dann was für sich tun, wovon aber letzten Endes beide profitieren würden. Weil wir Menschen, wir sind fixer, und wir wollen unsere Wives zu beheben. Und da war sogar ein Studie, ein paar Jahre später, das in der Long-Term, die Menschen sind glücklich, wenn ihre Wives sind glücklich. Well, no shit, das ist nicht rocket science. Wenn ihr zu werden, ihr solltet jemanden, die sie generell content und appreciativen ihrer Existenz. Aber diese Beliefe, dass sie nicht mehr sind, ist ein Dangeres ein. Wenn ihr es, und sie glaubt, dann die zwei von euch werden, als ob sie die Hände sind, 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 als ob sie die Hände sind. Absolut. Das ist gerade einer der fundamentalen Unterschiede zwischen Mann und Frau. Für Frauen steht Bequemlichkeit im Zentrum, und Männer wissen, dass Zeiten der Unbequemlichkeit dringend notwendig sind, um nämlich Einfluss auszuüben, Lebensstandard und auch eine Beziehung zu sichern. Und hör, wenn ihr Wohlbefinden dein Tun und Handeln diktiert, da wirst du ganz automatisch zum Fußabtreter, und über kurz oder lang geht natürlich auch deine Anziehung verloren. Anyone who makes comfort the centerpiece of their existence is going to find a way to be chronically uncomfortable. So how do you escape this trap? Well, you get out the same way you got in, through a series of decisions. But this time the decisions, rather than being motivated by your fear, are going to be motivated by your values. They're going to be motivated by the question, what kind of man do you want to be in the world and in your relationship? Step one, obviously, is to be more authentic and assertive in the relationship. And this might be disorienting to her if you've taught her that you're not assertive and you're not authentic. So you might want to explain to her what you're going to change and why you're changing it. Step two is a little trickier, because it has to do with dealing with the anxiety that shows up inside of you when she's uncomfortable. Because on the surface, this might look like a relationship problem. But I've never really seen a case where it wasn't more a problem of individual anxiety on the part of the man. And any time you have an anxiety problem, the treatment is pretty straightforward. You can expose yourself to the trigger of that anxiety. So if you're afraid of riding elevators, for example, the cure is to ride elevators. And in this case, the trigger is her unhappiness. And so you expose yourself to her unhappiness. Not by tormenting her, obviously, but just allowing her to experience the normal, everyday disappointments and unhappiness that comes along and knowing that you will get through it, you'll survive it, you'll come out the other side a little bit stronger. Ja, auch hier gut analysiert, wie ich finde. Hinzufügen kann man vielleicht noch, dass alles, was hier gesagt wird, ja bereits vor einer festen Beziehung gilt, also in der Kennenlernphase. Auch hier willst du nämlich die Frau nicht in den Mittelpunkt deiner Aufmerksamkeit rücken, nicht immer gleich springen, wenn sie nach dir ruft und natürlich auch nicht auf ein Podest heben, weil sie vielleicht gut aussieht oder so. Und das heißt natürlich nicht, dass dir alles jetzt komplett egal ist, was sie fühlt und von sich gibt. Das wäre dann auch eher kindisches und vor allem unehrliches Miktaugesülze. Denn allein eine Frau in deiner Nähe, die lässt dich ja bereits anders auftreten, ob du es willst oder nicht, haben wir alles schon mal beleuchtet. Dein Testo geht nach oben, deine Risikobereitschaft auch und so weiter. Sind also biologische Abläufe, gegen die du dich auch nicht wehren kannst. Aber auch hier also vor der Beziehung solltest du dein Handeln nicht nach ihrer vermeintlichen Glückseligkeit ausrichten. Wenn du das tust, dann landest du zwangsläufig in der Kumpelzone. Hören wir uns noch die abschließenden Worte an und was wahrscheinlich passiert, wenn du in deinen Beziehungen etwas mehr Kante zeigst. There are a couple of possible outcomes when you make a dramatic change like this in a relationship. One possibility is that she actually starts to calm down and become happier because her man is finally showing up. If you think about this from her point of view, no healthy woman wants an obedient doormat for a husband. A healthy woman wants an assertive, healthy man in her life. But the other possibility is that she's not quite that healthy and that her discomfort is going to be so intolerable to her that she's going to fight to regain 100% control over you and the relationship. And if that's the case, then it's going to be a rough transition and you might consider getting a psychologist on your side to help you through this. Jetzt geht er natürlich noch auf seine Expertise ein und an wen man sich vielleicht wenden kann, wenn man Eheberatung braucht und sowas. Ich würde aber sagen, dass wenn die Frau, egal ob in der Beziehung oder davor, nicht damit umgehen kann, dass sie nicht auf dem Thron sitzt und von dir ein Leben aus Zuckerguss serviert bekommt, dann ist sie wahrscheinlich auch nicht kompatibel und vermutlich auch nichts in, dass man sehr viel Zeit, Aufwand und Geld investieren sollte. So when should you make this change? Well, how about today? If you're headed down this path, but you're not too far gone, then there's no better time than right now to reverse course and reclaim your future. But if you have traveled pretty far down this path, like the man who gave up the promotion, I can understand where you'd be hesitant. Men will stay in these situations indefinitely, knowing that if they change their behavior and start being more assertive, that it could lead to a divorce. They know that as miserable as their women are making them right now, they're going to have the power to make them 10 times more miserable while they're divorcing. But here's the thing. Men who are trapped in these situations usually end up making some kind of change eventually anyway. They just wait until there's a crisis or until they can't stand to look at themselves anymore. And so one possibility is to skip that whole waiting process and to start making the change today. Sehe ich auch so. Am besten fährst du immer, wenn du von vornherein dein Terrain absteckst und die Frau wissen lässt, was sie erwartet, was du tolerierst und was du nicht tolerierst. Eine Art sozialer Vertrag also, den du mit einer Beziehung eingehst. Das ist nicht nur die normalste Sache der Welt, sondern du ersparst dir damit auch jede Menge Ungemach. Erzähl es mir, wenn dir was einfällt, wirf einen Blick auf Henrys Online Masterclass und mach gern den Daumen hoch, wenn du was mitnehmen konntest. Ciao, ciao.